Also ich möchte folgende Darstellung geben. Wenn du zum Arzt gehst, er wird dir eine Diagnose erstellen. Diagnose bedeutet folgendes. Also in der Griechischen ist das Wort Gnosis wirklich Erkenntnis. Ja, also dir bedeutet durch, durch Erkenntnis zusammengestellt. Durch Erkenntnis wird dir eine Therapie vorschlagen oder vorschreiben. Also der Arzt stellt dir Fragen. Oder er nimmt Proben ab und überprüft, also diese Proben werden überprüft, um zu sehen, was ist eigentlich los mit dir. Doch wenn du zu Gott kommst, Gott gibt dir keine Diagnose. Und das ist der Grund, warum viele Menschen unseren Dienst gar nicht verstehen. Gott gibt dir das, was im Griechischen heißt, Epignose. Epi bedeutet weit über. Epignose bedeutet eine Erkenntnis, die weit über das natürliche Erkenntnis ist. Also du kommst mit deinem Problem und du sagst, Pastor, ich habe jenes Problem. Die Dinge funktionieren nicht so. Mein Leib benimmt sich komisch. Also der Pastor braucht nicht einfach mal dich auseinanderzunehmen. Zu gucken, naja, welche Geschichte steckt hinter dir. War dein Opa ein Fischesser oder eher ein Fleischesser? Amen. Das braucht er gar nicht. Er schaut in die Epignose hinein. Nämlich die Erkenntnis über Jesus Christus. Nämlich dein Vorbild, dein Modell. Und fängt an dir zu erzählen, das, was Gott über dich schon gekannt hat. Also er ignoriert deine ganzen Probleme. Denn für ihn gibt es keine Probleme, was dich angeht. Denn er wurde gesandt, dir Epignose zu geben. Und manchmal ist es so, dass viele Christen beleidigt sind. Also was soll das? Warum berücksichtige ich meine Probleme nicht? Du musst auch beten gegen meine Probleme. Nein, er ist berufen worden, dir Epignose zu geben. Amen. Halleluja. Verstehst du das? Also wenn du kommst, um Ratschlag zu bekommen. Also seid bereit für Epignose und nicht für Gebete. Amen. Also wir beten entsprechend Epignose. Also wenn du eine Diagnose haben willst, statt Epignose, dann empfehlen wir dir einen Arzt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. This is a ministry of the Spirit. Aber genau das ist der Dienst des Geistes. Because God will tell you what he sees you in the Spirit. Denn Gott wird dir genau das sagen, was er über dich im Geiste sieht. Amen. Yes, there are facts of sickness. Ja, es gibt die Tatsachen der Krankheit. Amen is a fact. Das ist eine Tatsache. Doch Epignose sagt, In him you are healed. In him bist du geheilt. Yes, of course you don't have enough money. Natürlich ist die Tasche leer. But Epignose says, Aber Epignose sagt, You are rich. Du bist reich. Epignose doesn't tell you what you want. Also Epignose sagt dir nicht, was du möchtest. It tells you who you are. Epignose sagt dir, wer du bist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. It's who you are. Es ist wer du bist. All revolve around who you are. Alles dreht sich um wer du bist. Amen. Halleluja. Amen. So it is not what you want. Es ist nicht das, was du möchtest. It is who you are. Es ist wer du bist. Amen. Amen. So when your mind is adjusted. Also wenn deine Gesinnung justiert ist. Ignore what your five senses tells you. Wenn deine Gesinnung anfängt zu ignorieren, wirklich beiseite zu lassen, was deine fünf Sinnen dir vorschlagen. You begin to walk in the reality of it. Und so fängst du an, in der Wirklichkeit der Epignose zu wandern. Amen. Now Paul puts it this way as I close. Also so wie ich es schließe, hat Paulus das so ausgedrückt. He says, Be not conformed to this world. Er sagt, Sei nicht gleichförmig, dieser Welt. Amen. Amen. Be not conformed to this world. Romans 12, verse 2. Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 gibt uns diesen Hinweis. But be ye transformed. Sondern seid verwandelt. By the renewing of your mind. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Why is he ignoring your circumstances? Warum ignoriert ihr deine Umstände in diesem Satz? He says, You be transformed. Du sollst verwandelt werden. Because your transformation Denn deine Verwandlung Is the transformation Of your circumstances. Is die Verwandlung Deiner Umstände. Everything about you Alles was dich angeht Is in your mind. Is in deinem Sinn. Your world is in your mind. Deine Welt Is in deinem Sinn. Amen. 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 So God doesn't care About the circumstances. Believe me. Also glaub mir. Deshalb kümmert es Gott Wirklich einen feuchten Pups Was du durchmachst. Amen. Let me put it right. Ich sag's mal richtig. God in solving your circumstances Also wirklich um deine Umstände Zu lösen Deine Probleme zu lösen Alles was er tut ist Er verwandelt deine Denkweise. Amen. He works on your mind. Er arbeitet an deiner Gesinnung. He improves your mentality. Er verbessert deine Also deine Gedankenwelt. Denn deine größte Stärke Gegen deine Umstände Is deine Haltung. Amen. Deine Haltung Is größer als deine Umstände. Dein Versagen wird entschieden Nicht von deinen Umständen Sondern von deiner Haltung. Amen.